Bitte berühren Sie diesen Bildschirm. Please touch the screen. Drücken Sie auf das Motiv, in welches Sie sich hinein fotografieren möchten. Sie werden in einer Sekunde fotografiert. Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, drücken Sie drauf. Es wird dann dieses Foto gedruckt. Wenn Sie nichts tun, werden Sie noch dreimal fotografiert. Es wird gedruckt. Bitte warten Sie. Entnehmen Sie dann die Fotos dem Ausgabeschacht unter dem Monitor vor Ihren Füßen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wenn Sie startklar sind, berühren Sie bitte den Bildschirm. Sie werden in einer Sekunde fotografiert. Na, das sieht doch gut aus! Wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie auf das Bild, um Ihre Karte zu drucken. Wenn Sie nichts tun, werden Sie noch dreimal fotografiert. Suchen Sie sich das Foto aus, das Ihnen am besten gefällt. Wenn Sie nichts tun, wird Ihr Foto mit dem unteren rechten Bild gedruckt. Ich habe einen Sprache mit dem Ausgabeschacht. Wenn Sie eine Frage von der Bildschirm ist, das ist ein Teil des Ursachen. Wenn Sie das Foto aus der Bildschirmat. Dann hat man sich mal auf die Bildschirmat. Wenn Sie das Foto aus, das ist ein bisschen verlie colocar. Ich habe einen Bildschirmat.